Im Netz von A1 ist es am Donnerstagvormittag zu massiven Problemen gekommen. Die meisten Störungen gibt es beim Festnetz-Internet. Sprachtelefonie, Mobil- und Festnetz sowie mobile Datendienste sind davon nicht betroffen. Der Telekommunikationsanbieter spricht von generellen Problemen mit dem Internet. An der Behebung werde aber bereits gearbeitet. Die Techniker arbeiten laut A1 bereits mit Hochdruck daran, die Störung so schnell wie möglich zu beheben. Ein Blick auf die Website alle-störungen-at zeigt, die Probleme haben gegen 8.30 Uhr begonnen. Um 9.30 Uhr hat es bereits über 15.500 Meldungen gegeben. Sieht man sich die Österreich-Landkarte an, werden die meisten Probleme aus den Landeshauptstädten gemeldet. Aber auch in kleineren Städten, wie zum Beispiel in Oberösterreich in Wales, kommt es zu Störungen. Was die Störung genau ausgelöst hat, ist noch unklar. Sobald die Probleme behoben sind, wird das A1 auf seinem Twitter-Account mitteilen. Der dann mit etwas Glück auch für die Benutzer wieder erreichbar sein wird. Bis zum nächsten Mal.